Prozessmanagement ohne Frauen kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Prozessmanagement hat auch aus meiner Sicht nichts mit dem Geschlecht zu tun, dachte ich bis jetzt. Aber ein Blick in meine YouTube-Analytics hat mich echt zum Nachdenken gebracht und jetzt brauche ich Ihre Hilfe, um das, was ich da gesehen habe, richtig einzuordnen. Wieso, weshalb, warum, das ist Thema in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit Optimierung von Unternehmen. Ich schaue mir ja regelmäßig meine YouTube-Analytics-Daten an. Und was ich da jetzt gefunden habe, das hat mich so nachdenklich gemacht, das zeige ich Ihnen jetzt. Ich habe hier mal aufgerufen, diesen entsprechenden Screenshot aus meinen YouTube-Analytics. Und damit es nicht nur eine Momentaufnahme ist, habe ich natürlich auch einen längeren Zeitraum gewählt. Sprich, das sind die Aufrufe seit 365 Tagen, also seit einem Jahr. Und da fällt mir eben auf, dass nur 21,7% der Zuschauer entsprechend weiblich sind. 78,3% sind Männer. Und das ist doch ein ziemliches Ungleichgewicht, finde ich. Letztendlich sind ja auf YouTube zwar etwas mehr Männer als Frauen unterwegs, nämlich 54,4% aller Nutzer von YouTube sind männlich und 45,6% aller Nutzer von YouTube sind weiblich. Aber ein so krasses Missverhältnis in den jeweiligen Zuschaueransichten, wie es bei mir im Kanal der Fall ist, hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Und daher stellt sich mir jetzt die Frage, warum ist mein Kanal, der sich im Schwerpunkt um Prozessmanagement dreht, so extrem Männerdominiert? Da gibt es für mich zwei Erklärungsversuche und da möchte ich entsprechend mit drauf einhaken. Erstens sprechen vielleicht meine Videos Frauen nicht an. Könnte ja sein, dass ich in meinen Videos irgendwas mache, was eben Frauen nicht gefällt und deswegen keine wirklich sich diesen Kanal mit anschauen. Also das Problem läge dann bei meinem Kanal. Was müsste ich dann an diesen Videos ändern, damit ich mehr Frauen ansprechen kann? Auch dafür würde ich dann ihre Hilfe brauchen, dass sie mir in die Kommentare reinschreiben, was muss ich bei meinen Videos anders machen, damit Frauen die Videos auf meinem Kanal irgendwie interessanter finden. Und das Zweite ist, sind Frauen im Prozessmanagement vielleicht grundsätzlich wirklich so unterpräsentiert? Und das fände ich natürlich strukturell ganz, ganz schlimm und eigentlich extrem schade. Denn ich habe Frauen beim Thema Prozessmanagement mit ihren Können immer als eine extreme Bereicherung erfahren. Prozessverbesserungen, bei denen Frauen und Männer ausgeglichen zusammengearbeitet haben, waren wesentlich erfolgreicher als rein männerdominierte Teams. Was müsste dann also geschehen, damit sich vielleicht Frauen mehr für das Thema Prozessmanagement begeistern, wenn es denn wirklich ein strukturelles Thema ist, dass einfach es viel weniger Frauen im Prozessmanagement gibt als Männer? Bitte helfen Sie mir und schreiben Sie mir in die Kommentare, was hier wirklich los ist. Warum sind Frauen so massiv unterrepräsentiert? Denn ich kann es mir wirklich nicht erklären, ich habe hier wirklich einen blinden Flecken. Liegt es an meinem Kanal oder liegt es am Thema Prozessmanagement? Und was könnte man denn tun, damit es ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen wäre? Das Ergebnis der Diskussion möchte ich gerne in einem Folgevideo vorstellen. Also, wo sind die Frauen im Prozessmanagement? Melden Sie sie sich und kommentieren Sie einfach mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.